Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Video hier auf New VR Tech und in diesem Video werde ich euch meine Erfahrung zu den VR-Rock Prescription Lenses, also die Linsenadapter von VR-Rock berichten und ja, ich muss sagen, ich habe die jetzt seit über einem Monat im Einsatz und verwende sie für meine Pico Neo 3 Link. Sie waren als einer der ersten auf dem Markt mit Linsenadaptern für die Pico Neo 3 Link und so war ich sehr froh, dass sie mir diese Linsenadapter zur Verfügung gestellt haben. Und ja, dieses Video wird nicht lang, denn ich werde euch einfach sagen, ob sie gut sind oder nicht, denn letztlich können Linsenadapter nichts anderes sein, entweder sind sie gut oder nicht. Und ich muss sagen, ja, sie sind gut. Es ist das erste Mal, dass ich Linsenadapter von dieser Firma verwende und ja, sie sind gekommen in einem kleinen Case und dieses Case hat eben diese beiden Linsenadapter dabei und ja, sie sind beschriftet mit rechts und links eben. Hier halte ich euch gerade die rechte Linse in die Kamera und es ist ganz leicht. Man macht vorher natürlich die Linsen sauber, die eigentlichen Linsen der VR-Brille und dann stülpt man diese Linsenadapter über und hier ist oben eine kleine Markierung, damit man beispielsweise bei der Pico Neo 3 Link sehen kann, wo man sie auf die Linsen eben drauf drücken muss, also quasi in welcher Ausrichtung. Und ja, das war es auch schon. Und dann setzt ihr die VR-Brille wieder auf, müsst dann auch gucken, ob ihr den Brillenabstandshalter der Pico Neo 3 Link in dem Fall noch benötigt und es funktioniert. Ich kann dadurch sehen, ich kann ohne Brille spielen und sie sind gut, ja. Ein Unterschied zu den bisher von mir getesteten VR-Optika-Linsen ist mir aufgefallen. Das ist eine persönliche Präferenz. Ich mag hier diesen Kunststoff nicht ganz so, aber ehrlicherweise ist das völlig egal, weil ihr werdet diese Linsenadapter nie wieder in der Hand haben, wenn ihr die auf eurer Brille habt und ja, es ist ein bisschen rau, es wirkt aber nicht billig, auf gar keinen Fall. Ansonsten sind diese Linsenadapter aus meiner Sicht genauso gut wie auch andere Adapter, also wenn ihr den Hersteller VR-Rock präferiert, dann solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen, denn ihr könnt 5% Rabatt erwirtschaften mit dem Link in der Videobeschreibung oder eben, wenn ihr auf der Seite seid, gebt ihr den Code ein. Es gibt von der Firma VR-Rock auch Linsenadapter für andere VR-Brillen und ja, das zeige ich euch jetzt hier gerade auf der Website. Ihr könnt euch also mal durchklicken und eben schauen, ob ihr etwas findet, was zu euren Bedürfnissen passt, also eine andere VR-Brille, wofür ihr Linsenadapter noch benötigt. Ich persönlich bin froh, dass man bei der Pico Neo 3 Link auch mittlerweile, beziehungsweise ich, meine normale Sehhilfe verwenden kann, aber ja, es ist trotzdem immer wieder komfortabel, wenn man einfach die Linsenadapter verwendet und keine andere Brille auf hat, die nicht schmutzig wird, die nicht stört irgendwann und so bin ich froh, dass hier VR-Rock auf jeden Fall auch so schnell Linsenadapter für diese Brille gefertigt hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch Linsenadapter einsetzt, ob ihr vielleicht auch die VR-Rock Linsenadapter einsetzt und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, also bis dahin. Danke, ciao! Tschau! Vielen Dank.